Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, meine dritte und jetzt hier mit letzter Vorstellungsrunde. 175 verschiedene Flaschenprodukte werden jetzt hier angeboten über Ostern, Karfreitag, Karsamstag, Ostersonntag. Alle meine Flaschen, die ich jetzt vorstelle, sind für Ostersonntag vorgesehen. Wir fahren gegen 18 Uhr an, gehen denn hoch bis Mitternacht, oder bis wir zu Ende sind. So, oder zu Ende haben hier. Wofür sammeln wir das Geld? Also bei der dritten Flaschenvorstellung habe ich es sehr schlecht vorgestellt. Wir haben unsere jetzt hier People for People, Ukraine Aid Fulga. Also zusammen mit Stefan Fallstich haben wir gesagt, wir wollen dieses Jahr das Geld geben. Ich hoffe, dass wir 15.000 Euro zusammenbekommen. Im ersten Jahr waren es 20.000, letztlich war es 10.000, aber wir haben drei Abende, je 4.000 bis 5.000 so das werden. Also coole Sache. Und dann geht das dafür, dass wir Sommerfreizeiten ermöglichen für Kriegsweisen in der Ukraine. Also tolle, tolle Sache. Wir gehen jetzt hier weiter. Also wenn du mehr Informationen haben willst, PVP, ja, PFFD. Also ich füge das, ja, PFFD. People for People. Ähm, wofür steht die FT da. Keine Ahnung. Ähm, gut. People for People folder. Folder, ja, FT ist folder, ja. Gut, unsere Flaschen. Wir fangen an mit Flaschen Nummer 100 und ähm, 12 und gehen dann hoch auf 175. Ist keine Flasche, sondern ist ein Sex hier von Duas. Wir haben die 12, die 14, 12, 15 und 18. Danke nochmal an Kevin Kamlo. Dafür also dreimal 2 CL. Sollte um 40, 45 Euro weggehen. Wir haben hier von Prestige Collection ein Anoch. Also 2009 bis 2021 First Phil Spanish Oak. Ex-amerikanische Bourbon. 46 Prozent. Sollte um die 55, 56 weggehen. Wir haben hier von Stefan Krämer eine, ähm, Nine Springs Direkt. Und das war mal einfach von Stefan. Er sagt, der Unterscheibe. Und deshalb steht hier Whisky Jason da drauf. Also mein Wer kann das auch denn hier ersteigern. Wenn diese Flasche signiert, bringt sie bestimmt mehr. Liebe Grüße, Stefan. So. Ich bin gehorsam. Laphroaig. Zehn Jahre Fachstärke. Batch 15. vom Juni 2001. 2021. Entschuldigung. Wir haben hier tatsächlich Sorte 59 bringen. Von den Jungs von der Sauerländer. Danke nochmal Thomas und besonders, dass du das hier genehmigt hast. Das habe ich in Braven. 1000 Mountain Braven. Äh, 46,2 Prozent. Sorte 52 Euro bringen. So. Dann gehen wir hier nach Stuttgart. Zu Peter, ähm, haben wir jetzt hier Sonntag und wir haben hier ein First Edition. So. Das wurde jetzt hier abgefüllt für Best Whisky Stuttgart. Es ist ein Jura. Es ist elf Jahre alt. Ähm, 52,9 Prozent. Sorte könnte für 79 Euro jetzt hier, was an Preis so sein. Was nicht fehlen darf, sage ich einmal, ist, denn hier tatsächlich von Olaf. Tappert. Hier habe ich ein Glas. Also, äh, alles wunderbar hier schon eingewickelt. Mit Deckel. Also, ich werde das dann hier erstmal, ja, auspacken. Ein kleines bisschen. Und nicht nur ein Glas habe ich hier von ihm und seine liebe Frau hier bekommen, sondern auch eine Pipette. Wow. Ich hasse, dass man die Geräusche da sind bei Menschen. Ähm, hier. Schöne, schöne, schönes Glas. Auch hier mit auch unser Deckel oben drauf. So, das packe ich noch mal alles hier ein, damit man das hier nachher auch, ähm, gut versandt bekommt. Und hier, ähm, auch damit. Und hier, ähm, wenn ich, äh, noch mal hier unsere Pipette, wäre besser gewesen, das vorher auszupacken. Nicht wahr, Jason? Aber gut, jetzt weiß ich das bescheid. Ähm, 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 wow. Wir haben das eingepackt und das nochmal eingepackt. Das haben sie gut gemacht. So, dann habt ihr ja eine Minute Zeit mit mir, ähm, Pipette. Sehr gut. Und was haben mich hier? Was haben sie da reingeschmissen hier? Was haben wir? Ah, das ist auch genau hier. Ähm, muss das so sein, ja. Also, wunderschöne Sache. 35 Euro für beide. Omen bei. Okay. So, das ist das. Kommt mal hier rein. Äh, so. Auch das kommt dazu. Gut. Alles gut. Hahaha. So. Blatt noch. Was habe ich hier? Äh, äh, habe ich hier, äh, Leora von Steffen, tastingcrew.de. Danke dafür. Also, schöne, schöne Sache. Dann hier gehen wir zu ein, die letzten zwei Flaschen von Dr. Helmut Becker. Das sind auch ein bisschen hochwertigere Teile jetzt hier. Ich habe eine, ähm, Coupa Single Cast, Single Grain, zwölf Jahre mit einem Cognac-Fassfinish. 61,1%, 90 Euro. Und hier habe ich eine sechs Jahre alte, allerdings Single Mound Fasswärter. Elch Whisky, Vollreifung, sechs Jahre mit einem Rotweinfass. 61,6%, 119 Euro. Gut. Dann haben wir jetzt hier von, ähm, Matthias, das, ich muss das einfach so sagen, am Freitagabend gibt es so ein Board, das habe ich vergessen. Und es gibt auch jetzt hier am Sonntagabend so ein Board. Ich liebe diese Teile. Also, das ist Eiche. Also, hier kommt die Flasche rein. Hier kommt ein kleinen Kern rein. Hier steht es, äh, Lovely Day for a Dram. Und auf der Ruckseite hat er tatsächlich hier Whisky Jason da eingraviert. Spendenaktion für die Ukraine. Also, damals war es noch der 29. Dritte. Jetzt ist der 31. noch dazugekommen. Egal. Ähm, und das ist richtig cool mit einer, ähm, Anwalt, ähm, Hinweise, wie man das am besten pflegt und einfach mal auch dann dort für lange Zeit Gutes haben kann. Gut. Das ist das. Wir gehen weiter. Haben wir vom Kamiki, diese Blended Malt Whisky Batch Nr. 5, ähm, ähm, japanische Cedar. Fässern hat es hier. Gab auch von Prestige Collection. Wir wollen sehr große. Danke dafür. Das war alles in Nürnberg. Gestern war ich sogar bei Hilllock. Hat ein Tees hingegeben. Hat nochmal mit Eli geschnackt. Michaela Hubble. Und ich sagte, Mensch, würdest du, ja, klar. Und sie sagte, wenn wir es mit Port. Ich habe auch sehr gesagt, wie ich will Port. Also, der 6 Jahre alte Port. Hier kostet ungefähr den 70 Euro. Superschöne Produkt. Gregor, dort unten in, ähm, bei Kedenhals in Köln. Habe ich auch mit ihm Video gemacht. Er natürlich eine Flasche gespendet. Wir haben hier 7 Stars Blended Scotch. 44 Euro. Superschöner Produkt. Und was ich immer noch nicht weiß, von wem das kommt, der Tiny Cask. So, noch keine Antwort gekriegt habe. Ich habe am, am gleichen Tag jetzt hier diese Videos gedreht, da, um das vorzustellen. Also, wer das war, sorry, sorry, sorry. Bis Ostern weiß ich Bescheid. So, dann werden wir jetzt ein Show machen, der heißt Marco, the Sea Lord, räumt auf. Denn, wir haben die nächsten, glaube ich, 8 Flaschen sind von ihm. Ockentoschen, Savignon Blanc, so, 47 Prozent, könnte 35 Euro plus bringen. Ockentoschen, 3 Wood, Rich & Elegant, könnte 40 Euro bringen. Glen Allergy, Kuvee, wir haben zwei davon. Wir fangen erst einmal mit dem 2012 an. Da haben wir unser Mosquetel, Ruby und Ruby Port mit PX, mit 54,9. Sollte um die 74 Euro bringen. Dann haben wir dann hier tatsächlich... So, da, da, da. Und dann gehen wir zu Craig Galaxy, 13 Jahre alt. So, Batch 046137. Seit Jahren benutzen wir die gleiche Batch-Number, aber das ist okay, konnte 40 Euro bringen. Dann gehen wir hier weiter zu Balvini, ein 12 Jahre Double O Wood haben wir hier. Hmm, könnte hier 53 Euro bringen. Natürlich, wenn wir der Double Wood mussten wir dann... Wie heißt das nochmal hier? The Sweet Toast of American Oak. Ich wollte immer sagen, Sweet Taste, aber Sweet Toast, auch 12 Jahre, kostet hier 60 Euro. Es gibt noch ein Kuvee hier von Glen Allergy. Nicht der 2012, sondern 2009. Wurde 2021 abgefüllt. Da haben wir dann hier exklusive Kirsch, Sherry, Rioja, Kuvee. Also Sherry und Rotwein passt sehr gut. Und das ist ein bisschen auf Mist hier vom André Haberrecht gewachsen. Das wusste ich nicht. Sehr, sehr schön. Wir haben als nächstes hier... Oh, einen Moment. Ich habe die falsche Flasche hier gegriffen. Wo ist die? Da ist die. Da ist die. Okay, die nächste Flasche, was wir haben, ist Thompson Brothers. Da wird Sascha sich freuen jetzt hier. TBBSW, sechs Jahre hier. Könnte auch denn da, sagen wir einfach mal 60 Euro bringen. So, ähm, 59,90 ist preisendlich oft hier sehe momentan. Dann haben wir Merry Christmas. Ups, das ist nicht Merry Christmas. Wo ist Merry Christmas? Da ist Merry Christmas. Meine Reihenfolge war nicht perfekt. Merry Christmas. Hier haben wir dann dort ein Dalmanach. Acht Jahre Sauternenfast vom Cats Count. Also sehr, sehr, sehr schön. Und dann gehen wir zu Vic. Er hat offenbar bei Vic jetzt hier Batch 1, 2 und 3 von Sirens gekauft. Wir gehen erst mal zu Secret Mool. Ne, verkehrt. Ich habe eine Reihenfolge, stimmt hier. Ah, Secret Speyside, genau. Okay, hier haben wir das. Ich krieg das nächste Mal besser hin. Das Secret Mool, eine 18 Jahre alte, ähm, jo, musste Tobermori sein, nicht wahr? Äh, 119 Euro. Das Secret Speyside ist denn dort 71 Euro. Der ist 10 Jahre alt. Und dann haben wir hier etwas, was ich merkwürdig interessant fand. Ich habe, ähm, ich habe die Sirens gar nicht gekauft, um ehrlich zu sein. Ähm, wir haben hier Blended Malt Whisky. Mainland vs. Island, äh, Island. Und wir haben Olo Rosso am Hogshead zusammen und heavily beat it. So, auch 104 Euro. Hm, gut. Dann, das war alles, was Marco jetzt hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12 waren das. Dann gehen wir zu Miss Canada. Auch die, äh, ganz liebe Miss Canada hat ein paar Sachen rüber geschickt für unsere Charity Option. Und das erste haben wir hier ein Kunstwerk. Hier. Genau. Versuch mal das so zu sehen. Da sind zwei Flaschen dabei. Das ist jetzt hier ein, äh, First Nation Design Art Card. Und dort haben wir tatsächlich einen Canadian Club, 45 Jahre da drin. Und wir haben da tatsächlich eine, ähm, ähm, die Sirens gekauft. Worüber mein Herzig freut, ist hier folgendes. Sie hat auch Miss Canada hat Old Frick Gerald Prime Bourbon. Hat 40 Prozent. Allerdings ging bei der letzten Aktion bei Krüge war 111 Euro weg. Ich habe einfach 90 Euro veranschlagt. Und veranschlagt habe ich einmal auch da online gefunden für den Preis. Dann hat sie aus Kanada, Miss Canada hat was aus Kanada darüber geschickt. Kein, kein Wunder. Aber es ist ein bisschen anders. Äh, ähm, Mac, Macaloni's Two-Cast Series. Die haben Blair Ethel, die haben McDuff zusammengetan und gefinished in ein Retoasted Red Wine Barrique. Hm. 56 Prozent, äh, 60 Euro gab's, glaub ich, nie hier in Deutschland. Also richtig, richtig schön. Und jetzt brauch ich ein bisschen Platz auf meinen, ähm, Schaktisch. Weil dort haben wir drei Flaschen. Ich mach erstmal so, dass er es gar nicht so sieht. Wir haben drei Flaschen, alle hier von, ähm, Miss Canada. Und das wird auch Set sein. Auch erstmal farblich, merkt er es cool. Wir haben hier ähm, ähm, Spirit Number One, ein McMurrah. Kostet normalerweise 89 Euro. Hat sie mit ihrem Mann, Betty und Bruno, mit ihrem Mann da zusammengemacht. Wir haben hier, in Nummer zwei, haben wir einen Birnenbrand. Kostet normalerweise 39 Euro. Und wurde gereicht auch ein Ex-Bourbon. Äh, äh, drei Jahre lang. Und, ähm, 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 das ist schon was Besonderes. Den gehen wir auch zu etwas, was sehr, sehr Besonderes ist. Und da war ein paar, ähm, was halt Probleme. Etwas ging kaputt und da hat sich noch was rübergeschickt. Wir haben hier, äh, ihre drei Sachen. Einmal spicy und komplex und einmal nutty und full-flavored. Also von JP Weiser. Das hatte ich auch noch nie in Deutschland gesehen. Und oben drauf bekommst du hier tatsächlich auch einen Toaster. So ein Untersetzer mit dem Miss Canada Logo da drauf. Ja, also, was will man noch mehr? Ja. Sie sagte, der Preis sollte schon bei 35 anfangen. Ich würde sogar ein bisschen mehr sich vorstellen darunter. Aber das ist so ein cooles, cooles Set hier von Miss Canada. So, ich habe noch einen Coaster. Der kommt irgendwo auch mit zu irgendjemand, ähm, der ihre Produkte hier kauft. Also, zu der drei Flaschen kommt noch ein Coaster. Der war ein bisschen in, ähm, kanadischen Whisky getränkt. Eine Flasche ging kaputt. Ja, leider, leider im Versand. So, die einzige Sache, was kaputt ging, war eine Sample-Flasche. Monika war so lieb, hat mir auch Flaschen hingeschickt. In diesem Fall habe ich drei in unsere Auktion jetzt hier reingetan. Wir haben hier unsere sechs Jahre alte Linkwood. Wir haben hier unsere zwölf Jahre alte Stadteile. Und wir haben hier unsere zehn Jahre alte Artmoor. Also, 129, 99 und 79 Euro sollten sie kosten, ja. Also, ich tue sie wieder hier runter. Also, liebe, lieber Moni, also Monika Poma, genial bist du. Also, sechs Flaschen Ria von deiner Servier, ähm, Einzelfassabfüllung hingeschickt. Extra dafür, ich bin back. So, aus Nürnberg habe ich hier die Burned Supper Edition, 2024, sehr, sehr neu. Also, Special Edition, 47%, 0,5 Liter. Also, hier liegen wir bei 79 Euro dafür. Schöne, schöne Sache. Auch direkt von der Brennerei bekommen. Jochen G. hat hier ein paar Sachen rüber geschickt. Er hat neue Brennereien rüber geschickt. Wir haben Loch Lee, Sewing Edition, First Crop. Also, aus dem ersten Jahr. Er hat hier rüber geschickt, ein Nick Nien. Auch denn hier Batch Nummer 3. Und er hat auch denn hier in Raze, er Batch Nummer 2 rüber geschickt. Also, Raze sollte jetzt hier 50 Euro, Nick Nien, 55 und Loch Lee 60 Euro ungefähr bringen. So, wir haben von Tom, Tom Zehmann, haben wir diese Merry Christmas Bottle. Die ist personalisiert für ihn. Das heißt, Kirsch Import hat hier, ähm, im Jahr 2023 tatsächlich eine Flasche ihrer Händler geschenkt. Und Tom hat gesagt, hier, das spende ich für die Aktion hier. Äh, 47,90 Euro von Schwester fast ist, was es sonst gekostet hätte. Also, wer eine Tom hier, äh, Zehmann, Flasche haben will, das ist die Gelegenheit. Von MR Whisky, also Michael Reckhardt. Von jetzt hier Russesheim habe ich hier ein Glenmory von der Golden Cask Single Cask Serie, 14 Jahre alt, 53,4 Prozent. Wir liegen hier im Handel bei 87 Euro. Schöne, schöne, schöne Sache, schöne Flasche. Also, nochmal auch an Michael, vielen Dank dafür. Peter hat eine zweite Flasche auch mitgegeben, aus der Best Whisky aus Stuttgart. Er hatte ich vier von Prestons. Ein Dalluan, sieben Jahre Bourbon von Hogshead, 54 Euro, mit 61,5 Prozent. Coole, coole Sache. Marco Bonn hat auch was rübergebracht. A Dream of Scotland, 16 Jahre alt, Miltendorf, Italian Red Wine Finish, Yvonne's Choice Nummer 2, 129 Euro. Aber warte, Marco hat noch was geschickt. Er hat ein Ochtemore, zehn Jahre. The fine Art of Whisky, 56,9 Prozent. Bourbon Hogshead und ein spanischen Wein Finish. 194,90 Euro. Also knapp 200 Euro für die Flasche. Ich hoffe, ihr gibt noch ein bisschen mehr denn dazu. Krasse Unterschied dazu ist dann hier, allerdings auch fast genauso selten, ist von W.D. O'Connell. Daiti hat hier selbst die Flasche hier rübergebracht, denn es gab es in Deutschland nicht. Ein Bill Fills und hieß ein Opa. Single Rum Cask mit 59,4 Prozent. Also, wir liegen auch hier bei 100 Euro dafür. Ich hoffe, es gibt einen Irish lieber, Irish Liebhaber, Irish Whisky Liebhaber, der gerne dafür bereit ist, ein bisschen Geld aufzugeben. So, bei Mareike hat sie, Besser gesagt, Sascha und Mareike haben hier Fairy Cast Single Grain Whisky. Also, Ex Bourbon und dann ein Chardonnay Finish bekommen. 61,5 Prozent. Auch Wahnsinn. Jedes Mal habe ich eine Flasche, die ich spende. Und dieses Mal habe ich einfach gesagt, weil eine helle Camelton Loch, das ist Bottle Code 21,206. Also, es wurde jetzt hier am 8. Dezember 2021 abgefüllt. Sollte 45 mindestens bringen. So, es gibt einen von Bottle Brands. Das ist Jörn, hat hier eine neue Flasche einfach mal mir gegeben von Boulder Spirits. Dort Boulder, Colorado. Und das ist American Single Malt Whisky. Bottle und Bond. Das ist das erste, was ich kenne, wo es ein American Single Malt Bottle und Bond, 50 Prozent, mindestens vier Jahre alt, überhaupt gemacht hat. 65 Euro kostet die Flasche. So, dann haben wir hier vom Whisky Max. Fassmeister. Special German Maturation Smoking Dog. 19 Monate am Oloroso Finish. Nur 60 Flaschen gab es davon. Whisky Max möchte 50 Euro dafür haben. Schauen wir mal, ob wir mehr haben können. Die verrückteste Verpackung überhaupt. Hier von Escape Goat. Wir haben, ups, und diese sei. Genau, so ist es richtig. Uuuuuh. Also, wir haben Escape Goat hier. Escape Goat. Escape Grace. Jason, Jason, Jason. Neuseeland. Der Fortuna Limited Edition. 6, so 46 Prozent. Wir liegen hier von Sprithöcker. Vielen Dank nochmal dafür. 63 Euro. Also, wir haben schon zusammen ein Livestream mit Escape Grace gemacht. Von daher cool. Matthias M. hatte zwei Flaschen gespendet hier von meiner Single Gas Abfüllung und Stork. Der letzte ist auch gern am Sonntagabend mit dabei. Alle die Nummern findet ihr unten. Also, das ist für mich jetzt hier Nummer 163. Auch die Jungs von Stonewood. Lassen Sie sich nicht lumpen. Haben wir auch denn hier The Strong One Dra. Also, fünf Jahre alt. In Verstärkung mit 48,9 Prozent. Vielen Dank, Michael. Also, wir liegen hier bei 64,50 Euro. Auch an Sandra. Vielen, vielen Dank. Ich hole immer zwei hier raus. Denn wir haben hier Michters. Ein Sour Mash Whisky. Sehr gut. Wir liegen knapp 50 Euro denn dabei. Eine Sache aus Amerika musste dabei sein. Von Weyermann haben wir deren Triple Cask Edition. Also, 43 Prozent. Selbst dann auch dort abgefüllt. 0,5. Sieht nicht daran aus. Ist es aber. Wir haben hier ein Preis. Jetzt siehst du das sehr viel für Pulserung da drin. Also, wir haben einen Preis von 58 Euro. So, vom Achim habe ich hier folgende Flasche. Also, hier haben wir dann ein Heiligen Bergfeld. 2020 destilliert. 2024 abgefüllt. Ganz reif und im Port Wein. Fast Nummer 13. Wir liegen hier bei 79 Euro. Und weil Jörg von Dead Crow einfach mal ein Marketingopfer ist. Schau mal diese Flasche an, liebe Leute. Also, Sascha oder sonst irgendjemand muss das hier kaufen. Haben wir MyLogan. Diamond Cherry Cask Finish. Zehn Jahre alter Irish Whisky. 46 Prozent. 42 Euro kostet die Flasche in Irland. Ihr habt noch nie in Deutschland zugesehen. Jetzt sind wir da, wo mein Arm kaum noch hinreicht. So, wir haben von Whiskymobil. Mr. Wellermann. Wellermann's Choice haben wir jetzt hier. Ein Single Malt Port Finish. Kintyre. Kintyre ist Campbelltown. Uh, ist es, ist das Springbank oder ist Glenn Scosier? Er. Äh, nur 28 Flaschen gab es davon mit 50,8%. Also, äh, Jens, vielen Dank dafür. 50 Euro wär gut. Von der Michael von Deskriptor Brennerei habe ich hier 0,35 der Mark Graph Batch 2. Das ist ein Ex-Mosketell Weinfass. Also, 46 Prozent sollte um die 34 Euro bringen. Nur noch 5 Flaschen und dann haben wir das. Wir haben aber am Ende von David MyBar South German Malt Whisky Port Wood gefinished. Ist ein Blend aus dem Schwarzwald und aus dem, ach, äh, aus dem Schwäbischen Alb. Und dann der Whiskys, die da drin sind, sind zum Teil ein bisschen älter, nämlich 13 und 6 Jahren. 0,5 und wir haben 51 Prozent Alkohol. Hier haben wir die Hammerflasche vom Label her. Auch da Marketing, äh, Opfer aufgepasst. Wir haben hier von Tom, äh, Thomas, äh, und seine Frau Space Barrows. Nicht Space Balls, Space Barrows. Episode 1, ist ein zwölf Jahre alte Linkwood. Das ist ein Bourbon Org Set. 51,2 Prozent. Könnte ich in Nürnberg auch verkosten. Absolut lecker. Wir liegen hier bei 99 Euro. Das lohnt sich denn da mitzubieten. Noch zwei Flaschen. Dann haben wir das. Eins, zwei. Und ich hole die dritte auch noch hoch. Immer ein logistische Problem ist, dass sie noch Flaschen hier zu haben. Ich habe hier vom Udo hier bekommen Whisky Raritäten. Jetzt hier ein Sand Bridgets Kirk, Badge 1, ist ein Fino und Ollo Rosso Sherry, so leere System. Von Hannah Whisky. Kennt ihr Lady of the Glen? Also, ja, das ist hier Hannah, Gregor Hannah und, ähm, 65 Euro. Absolut eine schöne, schöne Sache. Kaum auf dem Markt. Also, da könnte einer die ersten davon sein. Hier habe ich von Whisky Kask haben wir deren neuesten Pete Bock. Also, jamaikanische Jamaican Rum. 52,6 Prozent. Wir reden hier von knapp 80 Euro. Und last but not least habe ich hier von Boris Set. Auch sein Paket kam erst heute an. Danke, Boris nochmal. Von Glenn Roth ist ein unshild filtered Signatory Vintage. The Whisky.de Clubflasche jetzt hier. 46 Prozent sollte um die 55 Euro reinbringen. 175 Artikel. Karfreitag 50. Karsamstag. Ostersonntag. Immer von 18 Uhr bis ungefähr 24 Uhr werden wir hier die Whisky Flaschen feststeigern. Ihr werdet Spaß haben. Ihr werdet Freude haben. Wir werden das ganze Geld. Ihr sendet das Geld direkt auf das Konto. Ich habe nichts damit zu tun für denn jetzt hier unsere, ähm, Kriegsweisende Ukraine, damit sie denn dort Sommerferien machen können. Und ein bisschen diese ganze Tragödie, was sie da erlebt haben und erleben, zum Teil einfach hinter sich lassen können. Wir wollen denen was Gutes machen. Und nochmal danke, danke, danke an alle Personen, alle Firmen, alle die Whisky gespendet haben. Und danke an alle, die jetzt auch am Wochenende wir über Ostern mitbieten werden. Ich kann es nur nochmal sagen, bitte teilen. Also andere erzählen, bitte, bitte, bitte. Ihr findet die, ähm, Beschreibung von alle Flaschen mit der jeweiligen Flaschennummer in der Beschreibung. Also ihr könnt einfach das weiterleiten an Leute. Das Wort fiel mir ein bei Video Nummer 2 nicht weiterleiten. Und da könnt ihr einfach mal mithelfen, dass dieses, ähm, Whisky-Messe, nicht Whisky-Messe, diese Whisky-Auktion hier vom Erfolg gekrönt wird. Von nicht, äh, wenn ich nur UVP nehme, ist krass. Also Leute haben mir drei, 13, kaum, 13.000 Euro Whisky hier zukommen lassen, haben damit wir das hier machen können. Ja, danke, danke, danke. So, das war's. Also, hört erst nochmal von mir da erst Karfreitag, Kar-Samstag, Oster-Sonntag und vielen, vielen Dank. Bis dahin, Whisky-Jason. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020